Riedel! 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 Und da ist natürlich im Tor! Unsere absolute Nummer 1, Giri! Riedel! Mit der Nummer 6 dabei, Thomas! Riedel! Von Anfang an diesmal die 7, Florian! Riedel! Unsere Nummer 10 ist Max! Uwe! Mit der 13, Milos! Riedel! Mit der 15 von einem Verbind dabei, Sebastian! Riedel! Das letzte war das Kapitän daheim auf der Bucke! Die 5, Schleppgurl! Riedel! Mit der 23, Theo! Riedel! Die 32, Marco! Riedel! Die 35, Maximilian! Riedel! Und er ist zurück, die 44! Philipp! Riedel! Das alles unter der Leitung unseres Trainers! Florian! Riedel! Florian! Riedel! Florian! Riedel! Das sind die besten Fans der Liga! Dankeschön für eine tolle Saison! Unsere Nummer 12! Das sind... Riedel! Das sind... Riedel! 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 Und deutsche Meister, du kommst wieder anfangs dieser Strand. Ganz viel ist im Goldbein im Bereich und Deutschland ganz wehrer Applaus. Und jeder Stadion am Osterdeich ist Fußball wieder zu Haus. Nimm die Hände hoch, zeig den Werderstein. Wir sind Meister und haben den Pokal. Werder Bremen, wir sind ganz weiß. Wir gehören zusammen, wir sind nur und wir sind heiß. Werder Bremen, unser Leben lang. Und der neue deutsche Meister kommt wieder mal von dieser Strand. Oh Gott, wo sie hierin kann es nicht? Oh! An diesem Publikum! Klinge zu feiern, kommentiert zu den Damen und Herren. Hier ist unser Ratscher, Jörg Werner. Werner! 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 Die Karte ist ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss!